Hallo zusammen, ich bin Francine Jordi und ihr seid hier auf dem Blog von dmd2. Schön, dass ich auch dabei sein darf. Ich habe euch nämlich mein neues Album eingebracht. Und zwar kommt es am 1. März heraus. Es heisst Verliebt-Geliebt. Also quasi die ganze Liebesgeschichte kurz erklärt. Und es würde mich natürlich freuen, dass ihr mal wieder reinhören und eure Meinung dazu geben. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich wünsche euch alles Gute und vielleicht sieht man sich ja mal irgendwo.